So, euch beide stehe ich mal wieder um, weil wir brauchen die Wurst für andere Sachen jetzt. Ja, erst halte ich gerne den Buchdruck. Da kommt er nicht so leicht ran. Ein neuer Handelskosten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Ganz ehrlich, wenn ich den Buchdruck habe, habe ich einen enormen Vorteil ihm gegenüber. So, jetzt kommt Eingriff 2. Euer Königreich wird angegriffen. Okay, bis Angriff Nummer 3. Da bräuchten wir da bessere Mauern. Mal gucken, was für ein Prestige-Gebäude platzieren wir. Ja. So. Oh, nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenmusten. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Wäre schön, wenn ihr mir jetzt dann langsam... Okay, wenn ich doch ein bisschen Bier verkaufen würde, wäre das nicht schlecht. Sie müssen also alleprisedym advantages und verlieren Sie in einer vibrationen können? Somit der Z немножčiße, was der Pank ist daher wohl nicht. Ja. Es hat Ordnung gehalten für ein bisschen terror eigen. Es gibt einen anderen Art von Officer Heinrich. Okay, das kam ja noch nicht leicht vorhin. Sehr schön, das erste Buch ist da. Oh ja, Geologie vielleicht mal einschalten. Euch abreißen. Finde ich lustig, wie das mit dem Angriff passiert ist. Ah ja, jetzt kann ich das hier mal wieder einstellen, weil jetzt haben wir auf jeden Fall gedruckt Gold. Oh ja. Oh ja. Jetzt sehe ich, äh, grade schon mal die Fischergründe ab. Also die Fischereien. Ich guck dir noch zwei Musketiere für mehr Feuerkraft. Ach, am besten vier Musketiere für mehr Feuerkraft. Gucken wir mal kurz unsere Verpflegungskarte an. Gucken wir mal, ob unser Grüner hier... Zurzeit steht seine Kirche recht still, okay. Mal sehen, sehen wir bei ihm irgendwo Papiermühlen. Bäckereien. Buchbinder, also ja, er macht Bücher. Das sollten wir auf jeden Fall ernst nehmen. Bis zum nächsten Mal. Oh ja, Ausbesser sollten wir auch noch. So, nur noch zwei Nahrung werden benötigt. Immer mal wieder gucken, ob sich was bei seiner Kirche gerade tut. Bis jetzt scheinbar nichts. Komm, ich baue nur einen Fisch hier. Bitte, bitte. Ganz lieb, bitte. Die Festigungen sind ausgebessert. Okay. Dann werden wir hier noch die zwei Gebäude hoch. Und dich am besten. Okay. Kommt, bringt mir Nahrung. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ah, Leute, bitte. Ich bräuchte jetzt langsam den Fisch. Ah, da kommt der Fisch. Okay. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So. Kleine Panikattacke. Und da kommt der letzte Angriff. Oh, mit Kanonen und auch noch wahrscheinlich hier durch das Gebiet. Ah. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten. Oder was greift ihr an? Ihr greift direkt das Gebiet an. Okay. Trotzdem sollte ich das Gebiet ausbessern. Äh, ausbauen. Ich muss mich dann auch dran machen, dich nochmal auszubauen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Eine neue Technologie wurde von eurem Geistlichen ergründet. Okay, ich brauche zwei, nicht einen. Und ja, der gegnerische Angriff kommt hier drüben. Okay. Also noch ein Fisch, dann kann ich das erforschen. Gebt acht, einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Stärkere Mauern werden dann eigentlich auch vorteilhaft, aber erstmal brauche ich Fische. Ja, ich brauche sie. So, die Kanonen sind weg. Jetzt sind nur noch die musketiere eingefahren. Aber meine beiden Türmen sollten die wegkriegen. Okay, er fängt wieder an zu forschen. Okay, die hier drüben sind ärgerlich, dass ich die nicht kriege. Das hier wäre eher ärgerlicher und das hier natürlich. Also 4, 4, 2 schon mal. Machen wir gleich mal 8, 8, 4 draus. Befestigung ausgebaut. Errungenschaft freigeschalten. Begrüßt aus. So.